Mein Name ist Sören Herbst, ich bin Mitglied des Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg von Sachsen-Anhalt und ich bin Mitglied des Ausschusses der Regionen für das Land Sachsen-Anhalt. Aus meiner Sicht ist das Thema östliche Partnerschaft ein sehr, sehr wichtiges Thema für Europa. Wenn wir über die Zukunft Europas sprechen, dann müssen wir auch über die östliche Partnerschaft sprechen. Ich kenne keinen Grund, warum die Menschen in Osteuropa unter schlechteren Lebensbedingungen leben sollten als die Menschen in Westeuropa. Wir sind ein europäischer Kontinent, wir sind eine Friedens- und Wertegemeinschaft und daran arbeiten wir auch in Zukunft. Das hat uns so viel gebracht, gerade auch als Menschen in Ostdeutschland, dass ich denke, dass wir das auch auf den osteuropäischen Teil Europas weitertragen müssen. Wir bieten als Sachsen-Anhalter im Ausschuss der Region etwas an. Wir haben enge Verbindungen nach Osteuropa, wir haben eine Regionalpartnerschaft mit Masowien in Polen, wir haben enge Verbindungen in die Ukraine als Bundesland Sachsen-Anhalt. Das treibt uns an, wir geben unser Wissen weiter, unsere Erfahrungen mit 40 Jahren kommunistischer Diktatur, mit der friedlichen Revolution, aber auch mit der Zeit danach mit der Gemeindegebietsreform und anderen Reformen, die wir gehabt haben. Das treibt uns an und das bringe ich hier im Ausschuss der Regionen voran, sodass wir gemeinsam in Europa friedlich und gut zusammenleben.